Vor wenigen Stunden ging in München das Halbfinale der Guitar Hero Rock Challenge 09 zu Ende. Die 20 Teilnehmer hatten sich in 80 Mediamärkten im Bundesgebiet qualifiziert und kämpften nun um den Einzug ins Finale in Berlin. Wunderbar. So, und wir sind jetzt natürlich ein Gutschein von meiner Assistentin, Jakob Rieke. Lukas heiße ich. Und du bist wie alt? Zwölf. Und du hast dir heute beim Halbfinale für die Guitar Hero Tour mitgemalt. Ja, habe ich. Was hast du gespielt? Ich habe Song 2 von Blur gespielt. Und liest gut? Ja, liest super. Aber du bist jetzt doch nicht ins Finale gekommen, oder? Ja, leider nicht. Jakob Rieke war großartig. Sie hat alles gegeben, würde ich sagen. Es hat dann am Stadtsgleich, es hat immer nur 10 was gegeben. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch viel Erfolg bei der Erweiterung Karriere als Physikstar. Und woran lag es? Also ich weiß es jetzt nicht selbst, aber wahrscheinlich die danach, die haben dann eine bessere Bewertung bekommen. Und die am Anfang, die dann haben halt, die haben dann gar nicht so doll bewertet, wie bei den anderen dann später. Ach, dass die in Führung am Anfang ein bisschen vorsichtig gewesen ist? Ja, ja. Hat hier halt ein bisschen Pech. Ja. Ja, das war eine der besseren Performances. Den halbnackten, rumgrölenden anderen Herren, den wir noch gesehen haben, unter anderem, zeigen wir euch mal lieber nicht. Übrigens ist es keine tote Katze an der Plastikklampfe, sondern die Perücke, die der Performist vor kurzem noch auf dem Kopf trug. Wie oft gräst du Gitar Heroes so in der Woche? In der Woche, naja, vielleicht so jeden zweiten Tag. Und wie lange? Wie lange? Also höchstens eineinhalb Stunden. Okay, weil du kannst es ja schon richtig toll. Also im Profimodus habe ich dich gerade gesehen, du hast ja die Finger nur so geflogen. Ja. Und lernst du auch richtig Gitarre oder hast du Lust noch? Ja, ich habe schon. Ich habe schon gelernt, ja. Und findest du, dass es das miteinander zu tun hat oder ist das etwas ganz anderes? Na, beim Schlagzeug, da geht es besser, weil da lernt man ja auch den Rhythmus beim Spielen. Also bei der Gitarre ist das jetzt nicht so, aber es macht halt trotzdem Spaß zu spielen. Ich habe ja auch den Rhythmus beim Spielen. abgestimmt haben, gab es hier eine sechsköpfige Jury. Das mit den 12 Punkten oder hier 91 ist natürlich ein Scherz, maximal wurden 10 gezählt pro Jurymitglied. Und du gehst zur Schule? Ja. In Berlin? Ja. Nöttingen Grundschule heißt es. Ah, okay. Und bist du es mit deinen Eltern hier, oder? Ja, also mit meiner Mutter. Das ist schade, wenn du ins Finale gekommen wärst, dann hättest du ein Heimspiel gehabt, sozusagen. Ja. Und wirst du bei sowas wieder mitmachen? Ja, so. Ja? Ja. Also du bist nicht enttäuscht und gehst heim und musst heulen und deine Gitarre zu trümmern oder sowas? Nee. Und jetzt kommen wir hier auch vor. So. Hochbein der Preis. Sehr guter Applaus für Sendel. Und was willst du mal werden? Ich weiß, ich bin vielleicht ein Rockstar. Ehrlich? Ja. Okay. Und wie willst du das werden? Was wäre da der Weg dorthin? Ähm, naja, ich hab jetzt schon ein paar Freunde, die spielen Schlagzeug und einer singt. Und da haben wir halt auch schon eine kleine Band. Wir haben jetzt noch keinen Namen, aber wir spielen schon manchmal zusammen. Ja. Dann wünsche ich dir viel Erfolg. Ja, danke schön. Ja. Ja. Ja, und diese 10 dürfen Mitte Februar in Berlin wiederum in einem Hardware-Café zum Finale antreten. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020